Das waren die 4 Tops mit Baby I Need Your Loving und davor habt ihr nochmal die Marta Reef mit den Vendellas gehört mit Heatwaves. Ja und das war sie schon fast, die 28. Sendung von Radio Power Rumpel und natürlich zwei Jahre Jubiläum feiern wir hier auf der 6070. Und deshalb möchte ich auch Danke sagen, vielen Dank an Rainer von Channel 292, ohne ihn gäbe es viele Hobby-Radio-Stationen vielleicht nicht, eingeschlossene Radio Power Rumpel. Ja und dann möchte ich noch Max Berger von SM Radio Dessau danken, der mich auf die Idee mit der Kurzweilen-Sendung gebracht hat. Ja und danke auch an Heiko von Decade AM für die Unterstützung von Radio Power Rumpel. Und ein Dankeschön geht auch an die Radio-DX-Freunde Dennis, Markus, Thorsten und Sascha für die vielen Beiträge und Tipps. Und ein besonderer Dank geht auch an den RTI-Hörer-Club, besonders an Bernd Zeiser, für die Zusammenarbeit mit Radio Power Rumpel. Möge uns die Kurzwelle noch lange als Medium zur Verfügung stehen. Ja, wir sind ja heute nicht nur auf der 6070, sondern auch auf der 473-Pierre. Und deshalb gibt es auch eine Sonderkur-Selkarte, wenn ihr mir per Post einen Anfangsbericht schickt. Dann tu das bitte an folgende Adresse. Und zwar ist das Radio Power Rumpel, Postfachnummer 1144 in 37623 Stadt Oldendorf. Ich wiederhole, Postfachnummer 1144 in 37623 Stadt Oldendorf. Ja, oder ihr schickt mir eine E-Mail an radio.pr.partyheld.de. Dann bekommt ihr eine E-Kurs-Selkarte. Ja, und gleich kommt noch die RTI-Hörer-Club-Ecke. Aber nicht das Schrecken. Diesmal spricht nicht Bernd Zeiser, sondern die Sabrina von Korches Radio. Jetzt hört ihr noch einen Titel aus meiner allerersten Sendung. Die erste Sendung von Radio Power Rumpel. Das war im Januar 2018. Genauer gesagt am 27. Januar 2018. Da ging Radio Power Rumpel das erste Mal auf Sendung. Und aus dieser Sendung hören wir den Titel Star Dancer von Lucifer's Friend. Ja, und damit darf ich mich erst mal verabschieden hier von Channel 292. Und wünsche noch viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Ein Wiederhören gibt es, wie immer, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 60, 70 Kilohertz um 14 Uhr UTC. Und den darauffolgenden Freitag um 13 Uhr UTC. Und auf unserem Stream unter radio.dxfreunde.de. Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Euer Heiko. Tschüss und Dankeschön.